ja und damit ein recht herzlich willkommen hier bei The Division also Tom Clancy's The Division mit mir dem Oro wir in der Basis gerade gestartet. Gestern habe ich noch ein bisschen, ja hier war der noch dabei. Eigentlich noch ein bisschen rumgemacht mit dem El Duce. Da waren wir noch ein bisschen unterwegs. Was werden wir heute machen? Ich bräuchte ein paar Waffenbauteile, das heißt da rüber gehen und dann werden wir glaube ich mal hier die Quests machen. Erstmal in dem Bereich, um das fertig zu stellen. Ein bisschen Stoff werde ich auch auf dem Weg mit holen, weil Waffenbauteile brauche ich in Mengen für meine Waffen, wie man so schön sagt, denkt, wie auch immer. Das haben wir schon getestet, ne geschaut, geäckot, geäckot, was ist das Wort? Ich glaube nicht. So, dann schauen wir mal. Keine, keine Dice. Öffnen. Stoff. Ich liebe Stoff. Einen guten alten Stoff. Zwei Stoffkisten drin. Naja. Naja. Eine kleine Änderung gab es von mir schon, nämlich an der Waffe hier. Habe ich jetzt noch einen Visieraufsatz draufgepackt. Damit es einfach mal etwas besser ist. Ja, ja, ja. Du willst Alkohol und ich verstehe dich. Ich überlege, ob ich das Schild mitnehme. Das hat auch unwahrscheinlich Style in Kombination mit der Schrotflinte. Vorrücken und dann Schrot ins Gesicht. Hopp. Rettung New York, äh, 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 Schutz vor Apokalypse. Nein, eigentlich nicht. Ich habe Spaß dran, hier zu sein. Hopp. Hopp. Naja. Waffenteile, yeah. Waffenteile, Sonne, Grün, ein Blau und so ein bisschen mager. Aber okay. Wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Stehter Strom. Tanks halten Stand. Verstanden. Gut zu hören. Boss, wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Stehter Strom. Tanks halten Stand. Ja, gehen wir jetzt da rüber und dann zum anderen Einsatz wieder den grünen will ich jetzt noch nicht machen. So, neue Klamotten. Ich mag es immer, Klamotten zu kriegen. Ich weiß nicht, das gefällt mir. Das hat immer was. Ein paar Waffenbauteile müssten wir uns langsam auch wieder beschaffen. Das wäre der Praxis halber sehr, sehr gut. Du hast das nicht kommen sehen, oder? So, dann ziehen wir hier hinten weiter. Früher, an der Beta, konnte man hier hinten nicht lang, also. Eine Baustelle. Eine Riesenbaustelle, okay. Ja, da gab es auch so ein bisschen Tiefbau, weil die Kreine sehr tief stehen. Ja, der gute Christus. Schau mal. Der Laden wird wohl nicht mehr verkaufsfähig gehen. Verkaufsfähig sein, wie auch immer. Diese Tür sind auch nicht. Wo ist die Tür? Da, die Tür ist aufmachbar. Beide. Nochmal die erst auf. Die führt aufs Dach hinaus. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas interessantes ist, außer Stacheldraht. Ich liebe Stacheldraht. Der juckt immer so schön. Ich bin ja eher ein Tiefbau von irgendeiner Energie, aber, naja. Werden wir noch früher oder später sehen. Ach, falsch. Dahin wollte ich. Und ich habe ja auch einen Dietrich dabei. Yeah, eine große Waffenkiste. Oh, und klein mal was Schickes. Da bin ich doch gleich wieder ganz begeistert. Eine neue Maske. Ja, das ist ein gutes Stück Schaden, was da verloren geht. Aber dafür geht es richtig derbe die Fertigkeiten hoch. Und das ist ganz angenehm. Zumal ich ja mich in Richtung Heilungsskillen werde, wenn wir dann mit den anderen unterwegs sind. Das heißt, ich werde da mal den Skill in Sonne hochtreiben, mein Leben und den Skill. Der Schaden wird da auch nicht vernachlässigt. Also der wird auch nicht hier auf Minus getrieben. Aber der ist bei mir nicht in der Wichtigkeit ganz oben. Lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Ist das alles? Ist das alles in funktionierendem Zustand? Weniger als gedacht. Verzeih mich! Willst du uns ausnehmen? Ja! Beenden wir das! Wie scheitert ihr den Wind aus? Verdammt, er ist tot! Ja! Ja. So schnell sichert man Ware. JTF-Verstärkung angefordert. Warnung! Gegner nähern sich! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Leitet den Bastard aus! Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Ich hol's mir! Das ist eine andere Gruppe, die da ist. Das ist okay. Ich mach das! Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF-Security übermittelt. Ja, das ging das schon mal. Ja, Level reicht. Was haben wir denn hier gesichert? Äh, könnte es Medikamente sein? Ja, das sind Medikamente. Und da vorne ist die JTF. Ja, schon mal sehr schön, dass die JTF denn auch eingetroffen ist. Lieber zu spät als gar nicht, wenn man so schön sagt. Wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Steht der Strom... Agent, Sie müssen die Überwachungskameras bei der Highline finden und sie wieder online bringen. Ich hab' sie für bevorstehende Castings genutzt. Nun ja, man kann sie auch anderweitig verwenden, aber das hat mich wirklich weitergebracht. Und unseren Dienst für die Bevölkerung natürlich auch. Sie wissen schon, Ende. Der Kerl geht mir jetzt schon auf den Sack. Ja, das ist immer ne Definitionsfrage. Ich müsste viele Leute erschießen, wenn ich könnte. So, dann schauen wir mal. Kameras online bringen. Schönes Gebäude, das muss ich mir anmerken. So, dann hopp, hier hoch. Natürlich stecken bleiben, ist ja erst so klar. Push the button. So, ja, Lady. Ah, jetzt irgendwo auf diesem erhöhten Weg nennen wir's mal. Uns bewegen. Du solltest schnell laufen. Achtung! Erledigt das jetzt! Ja! Wie ein Lamm auf der Schlachtbank. Keiner macht sich in unserem Haus frei! Verschwinde einfach von hier! So! So! So, hier runter. Hier und hier und dann hier da rauf. Und Kamera hier an der Leine bringen. Oh, geht's denn hier hin? Da das jetzt nicht gegen die Zeit läuft, können wir uns ja mal umschauen. Ah, okay. Es geht nur runter. Das ist nur so ein Weg nach unten. Warum ich das jetzt gerade gemacht habe, keine Ahnung, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber hey! Okay. Ihr Einsatzzieher wurde aktiviert. Aktivieren Sie das Energierallais. Bestätigung! Lokalstromnetz online. So! Strom ist ja da. Kamera ist wieder online. Oh, hier sind sie überschienen. Hier ist wahrscheinlich mal eine Bahn lang gefahren. Nur, sie fährt schon länger nicht mehr, weil sie so zugewachsen ist. Die Gegner passen sich auf jeden Fall deinem Level an. Das ist schon mal sehr schön gemacht, muss ich sagen. Weil es wäre sonst echt langweilig hier auf Level 4 zu treffen. Die wären ja so Opfer. Ja, die sind jetzt nicht weniger Opfer, aber Level 4 waren einfach Instant Kills, nehmen wir es mal höflich. Einsatzzieldaten. Aktivieren Sie das Sekundäre Energierallais. Wieder Energie weg. Ich muss mal hier lang, weil da oben alles mit Stacheldraht ist. Verdammt! Stopp Sie! So! Jetzt sind wir ein Leiter, da ist ein Leiter. Sehr gut! Eine Orientierung wie ein Adler. Oder was noch besser Orientierendes. Ne, hier dann nicht. Dann vermute ich mal... Da lang! Ha! Bin ich gut oder bin ich gut? So! Bestätigung! Lokal Stromnetz online! Was haben wir denn da? Eine Pistole im blauen Inventor. Doch! Die ist sogar deutlich besser. Äh... Mh... 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 Achso, genau. Eins wollte ich jetzt. Habe ich nur gerade vergessen. Aber wobei Module habe ich glaube ich gar keine. Ne, keine freien. So, dann machen wir mal die Kameras an. Gute Arbeit und wir wissen das zu schätzen. Ich wollte noch sagen, dass unsere Kostümabteilung ein paar gute Ideen für Spezialagenten-Outfits hat. Falls Sie deinen Kontakt brauchen, fragen Sie mich einfach. Ey, der Kerl geht mir irgendwie auf den Keks, sag ich aber. Der Kerl ist auf meiner... geht mir auf Keksliste weit oben. Wir haben Apokalypse, was macht er? Eine auf Filmstar. Meine Güte. Da geht's hoch. Ein Teil meiner Ausstellung ist überholt. Oh, yeah, booyakasha. Ein bisschen Leben verliere ich, aber dafür gewinne ich ordentlich Schaden. Ja, er hat recht. Ein Teil meiner Ausstellung war überholt. Naja, das sehen wir jetzt nicht an. Nein, nur die Quest-Gegner werden angepasst. Wir sind zu Ende. Hör auf! Sie bringen uns um! Das glaub ich nicht! Wo bist du mein Herzchen? Kämpfe wie ein Mann, Nutte! Wow, 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 wow. Das fand ich jetzt echt unhöflich. Ich mach das auf meine Weise! Schade, keine Farbe. Ich mag das mit auf Farbe zu schießen. Sieht immer sehr stylisch aus. Toll, ich hab keinen Dietrich. Das mit dem Dietrich geht mir gewaltig auf den Keks. Du findest zu wenig davon. Also zu wenig vom Dietrich. Ich würde mir wünschen, mehr Dietrich zu finden. Oh, ich hab dir gern geholfen. Du hast mir nichts dafür gegeben. Miststück. Selbst im Weltuntergang kann man wenigstens ein bisschen Tauschhandel betreiben. Ich geb dir, was du willst. Du gibst mir irgendwelchen Müll, den ich nicht brauche. Wenig Sachen. Ich schieße nur, weil sie böse waren. Böse Männer. Ein paar böse Männer, die jetzt nicht mehr böse sind, weil sie tot sind. So, was haben wir denn da? Zwei Tote. Nummer drei. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Du hältst nicht durch. Jetzt geht der Spaß los. Du gehörst hier nicht her. Feindliches HQ neutralisiert. GTF-Leitstelle informiert. So, war doch schon mal sehr entspannt, die Nummer. In Rohstofftechnik sind wir auch gut dabei wieder. Langsamer wie auch immer. Schauen wir mal, wie sieht es denn aus. 180. Das können wir wieder ausbauen. Nochmal einen Medic-Auftrag. Dann können wir den Medic nämlich auch ausbauen. Haben wir hier irgendwo einen Medic-Auftrag? Äh, natürlich nicht. Da so einen. Da einen Medic-Auftrag. Aber der wäre am Arsch der Welt. Hm. Ich glaube, dann mache ich den vorher mit. Und dann da rüber gehen. Ah, hier habe ich drei. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Datenbiscount. Lade Dateien. Ich habe eine ungewöhnliche Aufgabe, Agent. Ich will keine Ressourcen abzweigen. Aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte, würde ich mich freuen, wenn er sie zurück zur Basis bringen würde. Ja, ja. Oder sagen sie mir wenigstens, wo sie sie gefunden haben. Sie wird vermisst. Und sie ist meine Schwester. Letzter bekannter Ort. Zivilistenlager am Pier. Das Lager, das es nicht mehr gibt. Lau Ende. Oh, tut mir das leid. Entschuldigung, ich werde da immer so rührselig. Ja, nicht wirklich, aber... Ja, so ein bisschen. Ich glaube, hier hinten war nochmal ein schnellerer Eingang. Ich laufe da nur. Darf ich nicht mehr laufen? Habe ich dazu keine Grund mehr laufen oder was? Meine Herren. Wo sind wir denn hier? Aber wir sind noch nicht beim Camp. Geht aber auch hier lang. Oder doch nicht. Verdammt. Folge doch der Kamera. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Sollte ich rausschneiden, oder? Ne, natürlich nicht. Ich schneide nichts raus, aber... Das Hemden? Ne, jetzt noch irgendwelche Flaggen. Ja, da sind wir auch schon am... Ja, am Pier. Da, wo wir gestartet sind mit der ganzen Sache. Mehr oder weniger Deck daneben, sagen wir mal so. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Weiß ich, denn ich analysiere es gerade. In der Handlung. Unbekannt. Nein. Die guten alten Fischstäbchen und die Erbbeermarmelade. Hat New York verlassen. Der ist tot. Da haben wir sie doch. Nein, da können sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Mist, ich hab Faye's Funkgerät zu Hause vergessen. Na komm, gib mir die Fischstäbchen. Nein, Schatz. Wir brauchen sie. Ah, ich mag Fischstäbchen nicht mal. Ach, mei. Ach, mei. Habe ich das Echo jetzt auch anlizisiert? Ja, doch hab ich. Oder? Bin mir gerade nicht hundert Prozent sicher. Ich schaue mal ganz kurz noch mal rein. Das ist ein Echo in der Nähe. Ja, gut, ich hab's aktuell mitgenommen. Ja. Ich vermute mal, das Fischstäbchen Gerede war der Abschluss. Jetzt natürlich die Variante. Wir gehen hier hinten lang. Und machen das dann... Oder wir gehen direkt dahin. Aber ich würde eher sagen, hinten. Mein Gott, es ist einfach furchtbar. Wir sollten eigentlich gestern eine Lieferung Medikament... Oh, Schätzchen. Da draußen läuft eine kaltblütige Mörderin rum. Eine gewisse Michelle Mason. Ich soll dich wohl bitten, ihr das Handwerk zu legen. Aber du musst mir versprechen, vorsichtig zu sein. Ich lade ihre letzte Position hoch. Aber du kannst nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Naja, du hast mich gewarnt. Alter, da ist da ein Leichenhaufen hier. Und da drüben noch mehr Leichen, die alles noch verbüttelt werden. Dann einfach mal so 20 cm unter der Erde. Ach, heilig, heilig, heilig Blechle. Wie die Menschheit so vor die Hunde geht. Gute Musik. Da würde ich mich stehen hier. Hi New York, hier ist dein Onkel Ricky. Die meisten Leute wären einfach vorbeigegangen. Die meisten Leute hätten noch nicht bemerkt, dass du da noch rumguckst. Moment hier, Mörder ist noch eine Kiste. Äh, nicht da. Da. Kann ich nicht aufheben, okay. Moin. Können Sie damit woanders hin zielen? Ja, könnte ich. Ob ich das schon wieder mache? Ja, die laufen dann nicht mehr lange rum. Wenn sie mir über den Weg laufen, kriegen wir was mit meiner kleinen Spritze verpasst. Ja. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Oh. Reiß euch zusammen, Leute! Ups. Noch wer der mich dumm machen will. Nein. Danke. Dann gehen wir hier drüben hin und ja. Zielen weiter. Ich frage mich, wo das Zollergift herstellt. Ein Bekannter glaubt, dass man außerirdisch. Mal sehen, wie schnell du dich vom Acker machen kannst. Tut mir leid für dich. Du hältst nicht durch. Hup, Steffern, Kopftreffer. Der Dark Zone. Die Dark Zone. Das erinnert mich an diese Karten des britischen Empire aus dem Ganzen. Lassen wir uns gar nichts mehr sagen. Die bei den zweitgrößten der Erde stand. Hier leben die Drachen. Wir haben ihn! Machen wir uns den Spaß draus! Ich erledige ihn mit bloßen Händen! Schon, komm schon! So. Die Ton-Taupe schießen! Die Ton-Taupe schießen! Michael Mason. Michael Mason. Michael Mason. Michael Mason. Ja, es ist für dich vorbei. Wir haben gehört, dass du alles nötige gefunden hast. Prima! Ich hoffe, du hast keine Blutflecken auf der Ausrüstung. Die kriegt man nur ganz schwer wieder raus. Yeah, Waffenteile. Finde ich immer sehr angenehm. Waffenteile freue ich mich immer. Was war das für eine Waffe, die ich gerade gefunden habe? Die hier. Hm. Die ist immer einen Ticken stärker. Das ist ein Präzisionsgewerf, aber ein anderes, oder? Ne, ist dasselbe. Ja, sowieso sage ich das andere? Ach, keine Ahnung. Halluzination? Ja, könnten sein. Des öfteren mal. Ich habe aber leider keinen Zwilber-Visier. Das mich so ein bisschen nervt, zugegebenermaßen. Hm, 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 hm. Tata, tata, täh. Ne, du bist dran. genau du hast drauf geschraubt war die waffe ist schon mal da ich mag einfach schaltdämpfer ich weiß nicht und da ich jetzt noch in einem gewissen level bin toll hier kann ich nicht drauf schrauben dann soll das da doch drauf schrauben und schalter aber ich bin dabei wenn ich eine habe so sie ja schon mal viel schöner aus was hier selbst erst noch schlechter zu sich trage weil er macht natürlich extrem viel leben oder der nato rucksack ein nationalgarten hat du gottes willen ich will schon wieder viel zu lange das ist echt nicht gut so 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 Ah, jetzt haben wir den Mutten. Okay, gut zu wissen. Aber ich würde sagen, so an dieser Stelle machen wir wieder Feierabend hier bei Tom Clancy's The Division mit mir, dem Oro. Ja, bis zum nächsten Mal und schauen, wie es weitergeht. Schaut wieder rein. Tschüss.